Für die Gruppe Panelux Fischer hat die Nachhaltigkeit immer eine Priorität gewischt. 2018 haben wir hier eine Flasche von 11.000 m² und 3.400 Zollärpaneuren hier zum Ennsdorf aufgebaut. Die Erlaubnis ist, 250 Minage mit Strom zu versuchern und damit auch 470 Tonnen CO2 pro Jahr anzuspüren. Das Partneriatisch und Ennovas an der Gruppe Panelux Fischer schreibt sich an eine gesamte RSO-Politik an und da ist es auch ganz wichtig, ob das im durablen Weg weiterzuführen.